Moin, moin, liebe Hancocker, Freunde und Bekannte. Hier ist der Boxcoach Ullaf. Heute mit der ersten Ausgabe live on air mit Boxtraining und ein bisschen Fitnesstraining. Ihr habt mich herausgefordert, hier bin ich. Ich habe schon mal mein Wohnzimmer hier vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt alles ein bisschen basalig geschoben, dass ihr Platz habt, dass die Kinder, dass die Männer oder Frauen dabei sind. Und jetzt geht das gleich los. Wir brauchen gleich ein Handtuch. Wir werden uns heute einen Schwerpunkt ein bisschen mit dem Bauch beschäftigen. Ich glaube, das tut uns ganz gut. Wir haben ja die ganzen Tage so ein bisschen rumgeeiert und jetzt wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Wenn ihr mögt, ihr dürft euch selbstverständlich ein bisschen Musik anmachen. Denn ich habe keine Lust, mit der GEMA Ärger zu bekommen. So, wichtigstes Intensiv, meine Uhr. Okay. So, dann fangen wir mal ein bisschen locker an. Erstmal ein bisschen entspannt auf der Stelle. Wir gehen, schön locker, so ein bisschen wie Tau springen. So ein bisschen zack, 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 so ein bisschen locker arbeiten. Sehr schön. Wir fangen an zu twisten. Sehr schön. Und beide Füße, schulterbreit. Vor, zurück. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ihr mich sehen könnt. Vor, zurück. Sehr gut. Und die Schulter an die Beine. Sehr gut. Die Schulter rückwärts kreisen. Schön locker. Sehr schön. Und wechseln vorwärts. Die Schulter an die Beine sind. Sehr gut. Das macht ihr toll. Wir nehmen mal locker die Fäuste an die Schu... Das ist doch... Jetzt geht's schon los. Entschuldigung. Die Fäuste an das Lochbein. Ich bin sehr aufgeregt. Und die linke Faust hier runter mit schlagen. Schön locker arbeiten. Sehr gut. Vor, zurück. Die Arme und die Ellbogen schon am Körper lassen. Schön die Schulter. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr in der Kretze in der Schulter. Sehr gut. Das ist gut, die Erwohner arbeiten. Sehr schön. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin mega aufgeregt. Es ist schon komisch, euch nicht in die Augen gucken zu können. Aber es ist mir wichtig, dass wir gemeinsam fit bleiben. Und wechseln mit der rechten Faust. Sehr gut. Und die Ellbogen wieder zurückziehen. Sehr schön. Diagonal rechte Faust, linker Fuß vorne. Schön Arme. Klasse. Ich freue mich wirklich auf diesen Weg, den euch... Naja, sehen natürlich nicht. Aber zumindest in Kontakt zu sein, das ist schon ganz, ganz wichtig für mich. Und ich hoffe auch für euch. Beide Hände locker mitnehmen. Schön gerade, schlagen. Super. Denkt daran, die Ellbogen nicht so hoch nehmen, sondern schön mit Körper lassen. Super. Klasse. Aufwärts versuchen. Jawohl. Ich glaube, was ich so weiß, ihr macht das super. Und nochmal seitwärts versuchen, die Marken wieder reinzubringen und locker vor und zurück die Beine mit einbringen. Wenn ich zu schnell bin, müsst ihr dann sagen, ich ziehe das jetzt heute ganz entspannt durch, dass jeder mitkommen kann. Und wieder locker. Geht davon aus, dass eure Kinder Lust haben mitzumachen und nochmal ein bisschen zu gucken, wie ihr das macht. Schulter weit federn. Und jetzt den linken Fuß vor und zurück. Und jetzt den linken Fuß vor und zurück. Richtig schön locker, die Schritte rein. Per. Lass die Deckung bitte oben stehen. Per. Soll konzentriere dich mal und ein bisschen freundlicher gucken. Sehr schön. David, was ist los mit dir? Ich sehe schon mal, die Maltbewegung ist nicht ganz so drauf. Es ist nicht schön. Schön links und rechts rüber gehen. Klasse. Uwe, du sollst locker nach links und rechts rüber gehen. Ja? Sehr gut. Und jetzt nur locker nach links rüber gehen. Nach links. Schön den die Maltbewegung. Sehr gut. Und den Oberschenkel ein bisschen nutzen. Denk an das Knie nicht über die Fußspitze. Schön locker rüber gehen. Und beim Zurückkommen schlagen wir mit der linken Fuß mit. Sehr gut. Super macht ihr das. Schön locker. Achtet darauf, dass die Knie nicht über die Fußspitze sind. Dass beide Füße nach vorne zeigen. Und Schultern breit. Aufwärts. Sehr gut. Schön in die Bewegung hineinkommen. Locker arbeiten. Aufwärts beim Zurückziehen. Klasse. Und nochmal seitwärts. Das schaffen wir. Zack. Super. Schön locker. Seitwärts mitschlagen. Super. Und wieder einfach ausmachen. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt genug Platz. Das war so knapp, wie wir uns das vorstellen. Okay. Wir bleiben wieder stehen. Vorerst am Jochbein. Und jetzt mit dem rechten Fuß nach rechts rüber gehen. In den Schritt. Schulterbreit. Der rechte Fuß geht nach rechts rüber. 45 Grad in den Schritt. Und dann geht der Oberkörper nach rechts rüber. Mit Meilen. Sehr schön. Wenn wir zurückkommen, kommt die rechte Faust mitgeschlagen. Zack. Als Konter. Rüber gehen. Zack. Jawohl. Für Ani haben wir es schon 1100 Mal gemacht. Und für die, die neu sind, fängt langsam an. Komm ruhig mit hinein in die Bewegung. Kein Stress. Es ist alles gut. Und jetzt kommen wir in die Bewegung. Eins. Zack. Zwei. Zack. Auch wieder aufpassen. Das Knie richtig über die Fußspitze. Bein zurückkommen. Die rechte Faust schlagen. Die Beine. Sehr gut. Klasse. Herrlich. Und aufwärts. Den Aufwärtshaken mitnehmen. Zack. Versuchen. Wenn es nicht klappt, nicht schlimm. Übung macht den Meister. Sehr gut. Nochmal seitwärts. Versuchen. Locker. Sehr schön. Ich hoffe, ihr werdet langsam warm. Mir ist warm. Das ist ja Wahnsinn. Dass man ein bisschen Aufregung und ein bisschen Video ausmacht. Und wieder locken. Klasse. Dann muss ich euch glatt einmal ganz kurz ein Like geben. Ihr seid spitze. Wir machen weiter. Super. Wir kommen wieder mit dem linken Fuß. Schulterbreiten. Schritt vor zurück. In den Schritt. Schön locker. Fäuste am Jochband. Und die linke Faust als Passkant nach vorne mitschlagen. Und dabei gehen wir nach rechts und meistens schön in den Schritt hinein. Zack. Eins. Zwei. Zwei. Schön locker. Drei. Vier. Fünf. Super. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Und jetzt schneller. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Klasse. Wieder locker. Nehmen die rechte Faust bitte. Die Schlagkampf, weil wir Linksauslieger sind. Ganz wichtig, dass wir hier nicht die falschen Gespräche hineingehen. Linker Fuß wieder vor, zurück. Jetzt ein bisschen aufpassen, dass der linke Fuß ein bisschen 30 Grad nach außen geht. Rechte Faust schlägt gerade. Und wieder zurückführen. Eins. Zurück. Zwei. Zurück. Drei. Zurück. Vier. Fünf. Super. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Jetzt schneller. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Super. Wisst ihr, was ihr verdient habt? Weil ihr alle so gut seid? Zehn. Zehn. Schöne Liegestürz. Kommt. Machen wir einmal runter. Liegestürz. Wer mag, auf der Faust oder auf der Hand. Seid ihr bereit? Okay. Eins. Stehen. Zwei. Stehen. Drei. Stehen. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Kann das sein, dass Andreas Tietje mitmacht? Acht. Per. Bist du dabei? Neun. Und jetzt machen wir den Zehnten. Und jetzt ganz kurz für eure Kinder, die dabei sind. Zehn. Schöne. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechseinhalb. Sieben. Acht. Achteinhalb. Neun. Neun ein Drittel. Neun zwei Drittel. Zehn. Perfekt. Vorhub. Super. Das gibt wieder ein Like. Habt ihr euch verdient. Hier. Da ist er. Boah. Hammer. Okay. Wieder locker stehen. Schulter frei. Folster am Jockbein. Wir arbeiten nur rechts und links in den Block hinein. Nur locker. Versucht, Schulter frei zu stehen. Ellbogen im Körper. Rechts. Blockt. Links. Blockt. Mehr konnte ich noch nicht machen. Zack. Zack. Den Bauch spannen. Bitte nicht im Hohlkreuz stehen. Sondern wendlich. Schön rund. Eindrehen. Und blocken. 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 Super. Das macht ihr gut. Jetzt arbeiten wir. Nur linker Arm. Links. Blockt. Und rechts. Aufwärts. Mit. Stehen. Links. Blockt. Auf den rechten Oberschenkeln. Und rechts. Aufwärts. Locker stehen. Ist von der Auslage egal. Sondern es steht schulterbreit am Mann. Und block. Aufwärts. Norbert. Ich seh schon wieder. Du siehst nicht gut aus in der Performance. Bitte die Deckung oben lassen. Dankeschön. Block. Links. Rechts. Aufwärts. Und stehen. Eins. Zwei. Block. Rechts. Rechts. Die Mädels hoffentlich sind dabei. Mit links. Rechts. Koordination. Denk dran. Rechts. Schlick mit. Zack. Links. Block. Elbom. Rechts. Super. Das ganze bitte wechseln. Also das andere rechts. Rechts. Block. Links. Aufwärts. Stehen. Rechts. Block. Aufwärts. Sehr gut. Locker. Eins. Auf. Eins. Links. Aufwärts. Klasse. Super. Ich gehe davon aus, dass die Witzke voll dabei ist. Witzke ist mein Schatz von den Rockies. Und ihr habt mir gesagt, die wird heute dabei sein. Ich hoffe, du bist da. Zack. Und zack. Und wir bleiben wieder stehen. Wieder links. Block. Und jetzt rechts. Block. Seitwärts. Block. Seitwärts. Eins. Zack. Eins. Zack. In die Bewegung hineinkommen. Super. Zeig nochmal seitlich. In den Block. Und dann kommt der Rumpf in die Bewegung mit. Block. Und den Rumpf mitdrehen. Nicht nur den Arm zu nehmen. Das wird nichts. Okay. Nochmal. Zack. Super. Block. Seitwärts. Block. Seitwärts. Einmal kurz Luft holen. Und jetzt wechseln. Rechts. Block. Links. Seitwärts. Und wieder. Block. Seitwärts. Ich stelle mich nochmal zur Seite. Der Block. Und der Rumpf. Nicht nur Stopp. Sondern mit reinnehmen. In die Bewegung. Damit der Haken aus dem Körper herauskommt. Blocken. Seitwärts. Block. Seitwärts. Block. Seitwärts. Super. Und einmal wieder entspannen. Perfekt. Seitwärts. Tut mir leid. Der Coach hat sich versprochen. Ich fahre ein bisschen durcheinander. Jetzt müssen wir mal wieder schöne Zehnliegenstützen machen. Das macht aber nichts. Das macht das für den Körper. Sehr gut. Wenn ihr so geht. Auf den Finger kommen. Einmal nur auf die Finger kommen. Sehr schön. Und dabei gehen wir links hoch. Und dann machen wir. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann Wechsel. Rechtes Bein hoch. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Super. Okay. Das haben wir vor. Einen Wunsch habt ihr sicherlich noch nicht. Das ist zu früh. Auf alle Fälle kann ich nur sagen. Wenn ihr mehr wissen wollt. Das Boxen. Wenn ihr eine Frage sammeln wollt. Gerne Fragen. Okay. Nur locker stehen. Aufs Signal. Die linke Faustus. Okay. Ihr seid gefordert. Ich bin nicht ganz so schnell. Ich bin jetzt schon sicher. Eins. Schön locker. Schön stehen. Zwei. Kommt der Stoß. Dieses lockere Stehen. Äther Boxstellung. Bisschen beweglich sein. Kommt der Stoß. Mit dem Schritt. Das passt ja. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Dann könnt ihr die Füße dann sehen. Gehen die Schritte rein. Nach rechts. Kommt der Stoß. Super. Nochmal. Kommt. Kommt der Stoß. Schön locker. Zack. 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 Perfekt. Zack. Super. Das Ganze jetzt bitte mit der rechten Faust. Die hier kommt nach. In die Schritte rein. Zack. Kommt der Stoß. Bisschen Reaktion. Schön locker. Deckenbleckung. Jetzt kommt die Bewegung. Zack. Super. Zack. Sehr schön. Ja. Schön Daryl. Dass du da bist. Ich freue mich. Thomas. Unser Kickbox Trainer. Und Fabian. Hammer. Dass ihr dabei seid, finde ich gut. Ihr könnt auch ein bisschen Training gebrauchen, glaube ich. gut. Okay. Wir meiden. Wieder nach links. Und nach rechts. Links. Und rechts. Und jetzt. Von links gehen wir runter. Nicht ganz so tief. Und rollen wieder hoch. Kommt. Links rüber und rechts hochkommen. Zack. Stehen. Rollen. Und hoch. Super. Wechseln. Nach rechts. Und dann nach unten durch. Und dann kommen wir links hoch. Von rechts. Und links kommen wir hoch. Perfekt. Noch einmal. Super. Und komm wieder hoch. Stehen. Wieder nach links. Rüber gehen. Langsam runter. Und dann ruhig rollen. Und wenn wir hochkommen. Nehmen wir den Seitwärtshagen rechts mit. Und legen den Körper mit hinein. Wir haben eben schon den Körper reingebracht. Und das war ein bisschen in der Rolle genauso. Nochmal. Links rüber. Hochkommen. Und den Rumpf mitnehmen. Zack. Super. Und schneller. Eins. Ba. Zwei. Zack. Super. Drei. Zack. Und vier. Zack. Und einmal stehen. Jetzt nach rechts. Rechts rüber. Langsam unterdurch. Unter dem Schlag. Kommen hoch. Und jetzt nehmen wir links den Seitwärtshaken mit. Nicht nur den Arm, sondern den Körper, den Rumpf mit rein drehen. Okay. Nochmal nach rechts. Rüber gehen. Langsam unterdurch. Hochkommen. Und den Seitwärtshaken. Klasse. Rüber. Langsam unterdurch. Und zack. Und jetzt ein Tick schneller. Eins. Runter und hoch. Und zwei. Zack. Und drei. Zack. Und vier. Und wieder stehen. Sehr gut. Einmal drücken. Bis jetzt. Noch einmal. Hier ist der Slide. Ihr seid gut dabei. Wahnsinn. Gut. Habt ihr eure Mappen? Ich hatte den Vorschlag gemacht. Entweder die Mappen oder auch ein Handtuch. Nehmt das gerne. Und dann wollen wir ein bisschen was für den Bauch tun. Ganz entspannt. Ganz wichtig, dass wir Spaß haben. So. Gut. Wir bleiben locker sitzen. Geben die Füße hoch. Den Bauch auf Spannung. Nicht ins Hohlkreuz. Sondern den Bauch auf Spannung. Nicht ins Hohlkreuz. Sondern den Bauch auf Spannung. Crunchen ihn ein bisschen. Und bleiben wir so stehen. Mehr brauchen wir gar nicht mehr. Ein bisschen Luft holen. Atmen. Es ist eine Entspannung. Und jetzt das rechte Bein streckt. Und der Rumpf. Der Körper dreht nach links hinein. Dass wir den Rumpf diagonal zum kurzen Knie haben. Schön eindrehen. Sehr gut. Jetzt den Körper zurückziehen. Das Bein zurückziehen. Jetzt links streckt. Den Rumpf zum kurzen Knie eindrehen diagonal. Und schön stehen. Jetzt arbeiten wir in der diagonalen Bauchmuskulatur. Schön halten. Und wieder zurück. Und den Fuß ranziehen. Und wechseln. Eins. Und rein. Schön einbringen. Spannung spüren. Hier anfassen. Ruhig mal berühren. Und wieder zurück. Fuß ranziehen. Wechsel strecken. Und wieder einbringen. Schön halten. Ich sehe schon wieder. Da sind einige Leute. Ich kann das sehen. Auch wenn ihr es nicht glaubt. Ich spüre. Ich fühle. Liebe. Lust. Und Leidenschaft. Kommt nur von hier. Uwe. Du musst dich immer rummengern. Aber gibts nicht. Geh besser. Wieder zur Mitte. Und wieder ranziehen. Beine Knie festhalten. Und den Rücken entlassen. Die Füße nicht ablassen. Das wäre der Tod. Ich drehe mich jetzt ein bisschen zu euch. Wir bleiben nur sitzen. Die Füße sind oben. Und jetzt nur nach links. Und nach rechts. Eindrehen den Rumpf. Die Beine bleiben oben. Sehr gut. Schön eindrehen. Jupp. Jupp. Und jetzt einen Tick schnell. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und wenn ihr glaubt. Ich höre auf. Nein. Jetzt erst recht. Und schneller. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Beide Knie am Wasser. Sehr gut. Schön für die Einde. Ich seh nicht. Das sieht toll aus. Wahnsinn. Beine einmal strecken bitte. Und die Füße hochziehen. Und bleiben locker sitzen. Puh. Ist nicht ganz einfach hier. Ich muss euch mal sagen. Dabei nehmen wir den rechten Fuß hoch. Dabei können wir quatschen. ich brauche euch ich tue es für euch sehr schön sehr gut vorsichtig wechseln lenken muss hoch corona kann uns mal auch wenn die umstände im moment sehr bescheiden sind egal wir ziehen das durch wir schaffen das gemeinsam sind wir stark und darum geht es als die idee geboren war hier das mal online zu machen muss ich ganz ehrlich sagen das war für mich nicht ganz einfach das zu machen es fühlt sich erst mal komisch an bin da ganz ganz ehrlich und wieder runter beide füße anheben und bleiben sitzen nicht ganz strecken und bleiben sitzen aber mein gefühl sagt mir ich brauche euch ihr braucht mich und wir tun zusammen manchmal muss ich mich fragen ob meine haare gut sitzen herrlich beide knie hören sie und jetzt einmal absetzen hände absetzen und beide knie nach links einreden schön vorsichtig und langsam wechseln nach rechts sehr gut ok wir kommen wieder hoch das hand überlegen wir beiseite oder besser gesagt ich nutze das einmal kommt aber bisher sehr gut dafür gibt es erst mal wieder ein leicht was ich so mitbekommen seid ja echt schwer dabei wenn sie sehr begeistert ok wir bleiben schulterbreit stehen die knie nach vorne sauber stehen lassen und wir gehen mit dem buschi runter 90 grad zurück mit dem wir sehen würden aber mal gucken 90 grad heißt nicht so und so ich weiß nicht was wir für das füllen können aber wir bleiben unten stehen die ellbogen dürfte absetzen die knie bitte nicht über die fußspitze und bleiben stehen ok feuchte am jockbein ellbogen und jetzt die linke faust lang stoßen und nach rechts rüber gehen aber den ellbogen nicht absetzen sondern wirklich und wenn ihr schummelt ist ihr den pär schon wieder und den david nimmt den rechten arm in den kopf ihr schummler arme umlassen er ist das gehe ich schwöre ich kann nicht mehr beide fäuste wieder zurückziehen wechsel rechte faust streck nach links rüber den ellbogen nicht absetzen bitte ellbogen in den kopf und die schulter und die beine durch drücken ich fühle dich nicht ich spüre nicht und wieder zurückziehen sehr gut hände absetzen und haben die beine mit in den ruhigen drücken und bleiben stehen perfekt ich drehe mich zur seite damit es sich jetzt passiert Wir geben schön den Stütz und die Beine sind durchgedrückt, den Rücken gerade. Beine durchgedrücken und schön den Stütz halten. Nicht die Beine durchknicken, sondern halten. Schön den Rücken gerade und bleiben stehen. Ein bisschen ausdehnen. Halten durch. Und die Beine locker und die Ellenbogen vorsichtig ranziehen und ins Vorgesicht aufstehen. Ausatmen beim Hochkumpen. Sehr gut. Klasse. Okay. Wir haben jetzt schon fast 25 Minuten. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich wollte drei Stunden mit euch trainieren. Aber wir wollen nicht leicht durchdrehen. Wir brauchen ein bisschen Muskelkater, oder? Gut, dann machen wir noch was von Oberkörper. Die nächsten fünf Minuten gehören mir. Wer aufhört, geht sofort runter, macht drei Liege, stürzt und steigt mit ein. Das wird mega. Aber, wie ihr kennt mich ja, Liebe, Lust und Leidenschaft. Ich brauche euch. Gut, wir bleiben stehen. Beine Arme schön gestreckt oben lassen und bleiben nur stehen. Beine nicht durchdrücken. Bitte nicht ins Hohlkreuz stehen, sondern wirklich die Spannung hält, um bleiben zu stehen. Und jetzt ziehen wir nur schönen Brustbereich hinein. Schönen Rücken hinein. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, wer durchhält. Ich muss einmal ganz kurz meine Nase... Oh, herrscht mal schnell. Hier steht es. Eins, zwei, drei. Und wir wieder da. So. Hammer. Danke Andreas für die Komplimente. Mach weiter durch. Wir ziehen das durch und wir greifen schön fest. Diese fünf Minuten genießen wir, dass wir heute Abend schlafen können. Die Kids, die dabei sind, macht gerne mit. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann dürft ihr kurz eine Pause machen. Aber erst wenn ich das sage, das kann man machen. So. Wenn man eine Faust und die Arme drehen. Zack. Zack. Bitte nicht nach vorne die Arme, sondern wirklich seitlich drehen. Zack. Zack. Sehr gut. Schön arbeiten. Seid ihr noch da? Ja, ne? Oder habt ihr schon euch auf die Couch gelegt? Bleiben stehen und ziehen mit der Faust in Spannung in den Groß heran. Sehr gut. Meine Zauberuhr schon 90 Sekunden. Also alles in Not. Hände wieder auf und ziehen wieder schön hinein. Sehr gut. Die Arme nach oben strecken. Gehen wir ein Stück zurück. Ihr könnt euch das jetzt sehen. Und den rechten und linken Arm nach oben strecken. Schön lang machen. Schulter strecken. Schön strecken. Nicht ins Hohlkreuz. Nach oben. Lang machen. Sehr gut. Ihr macht das perfekt. Nach vorne, Augenhöhe. Und rechts wie links strecken. Ich komme ein bisschen dichter, damit ihr das sehen könnt. Rechts und links schön strecken. Wir machen eine Faust und jetzt locker die Schulter verlängern. Aber nicht den hier, sondern lang lassen. Ihr seht auch schon hier wieder einige, die machen schon wieder Pause oder fassen sich an den Kopf. Braucht ihr nicht. Einfach nur machen. Sehr schön. Beide Schultern lang nach vorne strecken. Schulter anheben. Schauen, bitte gucken, richtig schön die Schulter anheben. Arm heben. Schön strecken. Zack. Lang machen. Jawohl. Wow. Und wir bleiben wieder vorne stehen und drehen die Arme in sich. Schön für die Schulter, für die Gürtelmuskulatur. Alles wird gut. Schön eindrehen. Wenn man nur rumsitzt, dann verkalkt die Muskulatur oder besser wie die Gelenke und die Muskulatur wird schlaff und hängt durch. Braucht kein Mensch. Corona braucht das auch nicht. Verona und Claudia und Elvis auch nicht. Sondern der Boxbusch Olaf braucht euch. Wir ziehen schön vor die Brust und lang strecken. Ziehen. Ellbogen bleiben unten. Carla, die sieht gut aus bei der Übung. Da kann Papa sich aber eine Scheibe von abschneiden. Komm, komm, komm. Super. Ziehen. Ist die Mama auch dabei? Die brauche ich. Ohne Mama geht gar nichts. Strecken und ziehen. Und die Ellbogen 90 Grad und nach innen ziehen. Ziehen, oberhalb der Schulter. Nicht Bauchnabel. Oben, Schulterhöhe. Zack. Schön ziehen. Wahnsinn. Oha, wir haben schon vier Minuten. Da können wir, glaube ich, noch eine Minute länger machen, oder? Und wieder Arme strecken und die Finger entspannen. Oh, meine Zauberung sagt. Vier Minuten sind rum. Wir machen noch eine Minute und eine Minute für den Trainer. Ist doch gut, oder? Und wir ziehen wieder. Schön hinein. Hammer. Ist das gemütlich. Das hat mir gefällt. Ich glaube, heute Abend kann ich schlafen. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen, weil wenn der Kopf so zermarmelt ist, ich weiß nicht, wie es euch so ist, es nervt. Um, ob es ist nett, man hat viel Kontakt zur Familie, aber wenn der ganze Kopf nicht frei wird, dann braucht man auch ein bisschen Training. Und wir bleiben wieder stehen. Und die Faust wieder spannen und wir gehen in den Bizeps und nur strecken. Nicht nur Arme in den Bizeps, sondern Arme in den Bizeps strecken. Lang strecken. Lang strecken. Super. Und nochmal nach oben und nochmal nach oben und in den Rücken einziehen. Bitte hinten einziehen in den Rücken. Nicht hier vorne. Hinten und ziehen. Schön. In den Rücken einziehen. Noch eine Minute. Ist das schön. Sehr gut. Super. Klasse. Wow. Und wieder vorne die Elbogen zusammen. Noch 45 Sekunden. Schön zusammen. Und wieder öffnen. Zusammen. Öffnen. Und Arme in unsere Strecke. Schön locker. Letzten reißig. Nur locker ziehen. In Brustbereiche mal. Oh Herr. Mir fallen gleich die Arme ab. Wie ist es bei euch? Tut gut, oder? Nehmen wir Rücksicht? Nö. Nur wer fleißig ist. Wer trainiert wie Superman. Sieht aus wie Superman. Wer trainiert wie Superwoman. Sieht aus wie Superwoman. Wie Micky. Also wir müssen schon ein bisschen was tun. Noch 10. Arbeiten. Arbeiten. Komm, komm, komm. 5. Meine Frage an die Gemeinde. Wollen wir noch eine Minute länger? Was sagt ihr? Eigentlich. Ja, machen wir, oder? Arme da rumstecken. Rechts, links. Lang machen. Noch eine Minute. Für den Coach. Damit wir auch ein gutes Gefühl haben, wenn wir nach Hause gehen. Ja, Quatsch. Wenn wir ins Bett gehen. Ihr seid ja schon hoffentlich zu Hause. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ihr seht, dass ich nicht schummle. Und die Arme nach vorne lang strecken. Noch 40 Sekunden. Wir haben es geschafft. Hammer. 30 Minuten. Ist es jetzt lang oder ist es kurz? Ich weiß das nicht. Ich hoffe, euch langt das. Wir faust machen. Noch mal schön strecken. Zack. 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 Und stehe wieder. Och, wer hat Hunger? Nikola hat Hunger? Das gibt doch gar nicht. Ich greife noch mal. Ich habe auch Hunger. Wir gehen gleich alle schön essen. Wollen wir es treffen? Ach nee, dürfen wir gar nicht. Dann lassen wir das lieber. Noch 10 Sekunden. Wow. Wahnsinn. Keiner hat aufgesteckt. So wollte ich euch einschätzen. Und ich kenne euch. Ihr zieht durch. Und das macht mir Spaß. Und deswegen muss es auch so sein, wie es ist. Und wir entspannen. Wow. Einmal gucken. Tatsächlich. Ihr dürft das mal sehen. Tatsächlich 7 Minuten nur Arne hochhalten. Wahnsinn, oder? Also dafür gibt es nochmal ein mega Like. Ich kann nur sagen, spitze. So. Ich würde sagen, erstmal für heute als Einstieg. Das langt. Ich weiß nicht, wie lange einige nichts gemacht haben. Wir wollen auch jetzt nicht hier etwas verletzen, sondern wir wollen ja uns erstmal rantasten. Wir wollen uns kennenlernen. Und wir wollen mal ausprobieren, ob das überhaupt eine Plattform ist, mit der wir überhaupt arbeiten können. Ich kann nur sagen, ihr habt euch alle ein mega Smiley verdient. Mehr geht nicht. Und ganz wichtig natürlich für euch. Ich habe euch ganz doll lieb. Wir sehen uns bis zum nächsten Training. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass ihr euch einfach mal aufschreibt. Samstag um 18 Uhr hier in meinem kleinen Wohnzimmer und natürlich bei euch zu Hause. Wir dürfen eh nicht raus, wir dürfen ja nicht so viele Kontakte haben. Ich gehe davon aus, dass wir Zeit haben und das nutzen können. Ich kann mich nur bedanken. Danke für das Feedback. Gebt mir Vorschläge für die Trainingsplanung. Wenn ihr sagt, es muss mehr Bauch sein, mehr Rücken, ein bisschen mehr Puh. Ihr wisst, Puh macht froh. Also im Sommer. Irgendwann haben wir auch die Möglichkeit, uns zu präsentieren. Seid gerne dabei. Ich sage in diesem Sinne erstmal Dankeschön. Toll, dass du dabei seid. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, was soll ich sagen? Corona. Geht uns mal! Scheinbar Corona! Tschüss!